Hallo zusammen, Thomas hier. Es ist soweit, es gibt ein neues Update für Lightroom, und zwar das Juni-Update 2021. Und damit sind wir bei der Lightroom-Version, also es geht um Lightroom Classic heute, bei der Version Lightroom Classic 10.3. Falls ihr die Update-Informationen in eurem Creative Clouds, Dings, Kirchen, in dieser App, in der ihr euch dann die neuesten Versionen installieren, runterladen könnt, noch nicht seht, auf meine Windows-Rechner komme ich dann momentan noch nicht dran, vielleicht müsste ich nochmal komplett rauf und runter fahren, und auf dem Mac hatte ich die heute im Laufe des Tages sofort. Also kein Stress, das wird wahrscheinlich jetzt auch für euch dann die nächsten Stunden oder spätestens morgen dann verfügbar sein. Und was bringt jetzt das Update auf Lightroom 10.3? Also wenn ich jetzt immer Lightroom sage, ich meine jetzt immer Lightroom Classic, was bringt jetzt das Update? Das gucken wir uns jetzt an. Die Workshops der RAW Academy sind für euch die beste und schnellste Art, Bildbearbeitung und Fotografie zu lernen. Denn bei uns guckt ihr nicht irgendeinem Lightroom oder Photoshop-Grufi zu, der seine Bilder bearbeitet. Wir zeigen euch, mit welchen Techniken ihr das Optimale aus euren Fotos rausholen könnt. Alle Infos zu den Workshops der RAW Academy findet ihr in dem Link in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit den üblichen Verdächtigen und das heißt in der Regel immer, dass neue Kameras und auch neue Objektive unterstützt werden. Das ist allerdings noch ein Problem, denn wenn wir ausgehen von der Adobe Seite, die die gesamte Aufstellung enthält, aller neuen Funktionalitäten, Classic Version Juni 2021 und wir klicken hier drauf, dann kommen wir auf eine Seite, die uns noch erzählt, welche Kameras und dann letztendlich aber auch das gleiche gilt für die Objektive, im März diesen Jahres hinzugefügt wurden. Da scheint es also noch ein Problem, einen Verlinkungsfehler zu geben. Also grundsätzlich können wir aber sagen, Lightroom bzw. Adobe ist ja immer relativ schnell mit dem Nachliefern der Verfügbarkeit neuer Kameras und Objektive und ich sage es mal ganz pauschal, alle neuen Objektive und insbesondere auch die neuen Kameras der Kamerahersteller werden mit Sicherheit jetzt alle von Lightroom unterstützt. Also die Kameras, die wahrscheinlich noch bis vor sechs, sieben Wochen auf den Markt gekommen sind, die dürften wir wahrscheinlich jetzt auch alle als unterstützte Modelle in Lightroom finden. Ja und das Entscheidende und deswegen wird es wahrscheinlich auch relativ lange gedauert haben, es sind noch mal fast drei Monate vergangen, seit dem Photoshop und auch Adobe Camera Raw nativ auf dem M1 laufen, läuft natürlich jetzt auch Lightroom auf dem M1 Prozessor und da gab es wahrscheinlich architektonisch einige Dinge, die man da machen musste und dann gucken wir uns mal an, dass das auch so ist. Gucken wir mal gerade nicht auf Safari, sondern hier auf Lightroom, gehen wir auf die Voreinstellungen und wenn wir dann bei Leistungen schauen, welcher Prozessor da unterstützt wird, dann sehen wir jetzt hier, dass der Apple M1 Prozessor unterstützt wird und nicht mehr wir keine Rosetta Emulation mehr darauf brauchen. Das heißt im Grunde ganz einfach, Lightroom läuft noch besser, noch schneller, noch neudeutsch performanter. Jetzt auf allen Rechnern, die einen Silicon Chip haben, wenngleich es unter Rosetta, wie ich fand, auch schon eigentlich ohne Einbußen gelaufen ist, aber auch die Software entwickelt sich weiter und wenn die nächsten Jahre sein M1 MacBook, so wie ich, vorhat zu nutzen, da ist es dann sicherlich von Vorteil, dass dann der Prozessor nativ unterstützt wird und da dann auch noch die notwendige Leistungsreserve mit reinbringt. Das waren so die wesentlichen technischen, organisatorischen Dinge und jetzt kommen wir mal zu den Aspekten, die mit dem Bearbeiten, in dem Fall durchweg alle mit dem Entwickeln-Modul zu tun haben. Ne, ich habe noch eins vergessen und zwar, weil ich es mir nicht letztendlich angucken kann. Denn Adobe verspricht auch, dass die VRAM-Unterstützung, also die Unterstützung der Grafikkarte und da der Grafikkartenspeicher, dass das jetzt besser unterstützt wird und dass es deswegen grundsätzlich eine Leistungsverbesserung geben soll beim Entwickelmodul, unabhängig davon, ob das auf einem Mac oder auf einem Windows-Rechner ist. Ich kann es auf dem Windows-Rechner, konnte ich es noch nicht überprüfen. Leider ist seit ungefähr jetzt anderthalb, zwei Jahren, seitdem Adobe unter Lightroom die Grafikkarte mit einbezieht, um die Leistungsverbesserung zu erreichen. Unverändert gibt es das Problem, dass zumindest auf Windows, dass der gesamte Grafikspeicher oder nahezu der gesamte Grafikspeicher von Lightroom gegriffen wird. Ich habe beispielsweise das Problem, wenn ich Lightroom aufmache und dann erst später beispielsweise meine Videoschnittsoftware, habe ich mich eine ganze Weile gewundert, warum läuft bei mir DaVinci Resolve nicht richtig. Und ich habe sogar das Problem, dass dann DaVinci Resolve stehen bleibt, wenn ich Videos rechnen lasse, rendere. Und das hat damit zu tun, dass der gesamte Grafikspeicher einen Großteil, 85 bis 90 Prozent bis dahin inzwischen von Lightroom verbraucht wurden und Lightroom gibt den Grafikspeicher nicht wieder frei. Das ist ein massives Problem und vielleicht wurde das jetzt gelöst. Weiß ich nicht. Müssen wir uns dann allesamt mal angucken. Diejenigen von euch, die so wie ich auch ergänzend zumindest Windows nutzen, ob das diese Leistungsverbesserung dann auch genau das Problem adressiert. Der nächste Punkt, was ist neu hinzugekommen, ist, dass jetzt auch der Live-View bei einigen Nikon-Kameras im Tethering unterstützt wird. Da brauchen wir aber jetzt das hier nicht mehr. Da gehen wir nochmal, warum habe ich mir das nicht schon aufgemacht? Da ist es. Und zwar die Live-Unterstützung für Nikon-Kameras umfasst diese vier Kameras. Die D850, D500 und die Z6 und die Z7. Also die beiden ersten spiegellosen Kameras von Nikon. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, wie das aussieht, weil ich mache kein Tethering, ich habe auch gar keine entsprechenden Dinge dafür. Aber ich denke, diejenigen von euch, die mit den entsprechenden Kameras arbeiten, die werden sicherlich durchaus einen großen Nutzen davon haben. Was jetzt auch neu ist, und jetzt kommen wir wirklich zum Entwickeln-Modul. Da können wir mal Safari wieder in den Hintergrund stellen. Was jetzt ergänzend neu ist im Entwickeln-Modul ist, und ihr kennt das, wenn ihr Entwicklungseinstellungen von einem Foto auf ein anderes oder auch auf mehrere umkopieren wollt, dann kennt ihr, dass ihr eine Warnung bekommt, wenn Prozessversion von euch nicht ausgewählt wurde. Diese Warnung gibt es jetzt nicht mehr, denn die Prozessversion wird jetzt automatisch immer von Lightroom angezogen. Ihr könnt sehen, dass ich die Prozessversion jetzt abgeschaltet habe, und ich schalte auch mal alle aktuellen Einstellungen aus. Und wenn ich jetzt irgendeine Einstellung auswähle, die ich beispielsweise auf ein oder mehrere andere Fotos umprobieren wollte, meinetwegen ich hätte die Gradationskurve angepasst, dann passt mal auf, was hier passiert, dann wird automatisch und sogar ausgegraut, man kann es dann gar nicht mehr abschalten, wird automatisch die Prozessversion angezogen. Es ist sinnvoll. Ich frage mich, warum hat Adobe das nicht schon längst gemacht? Die werden vielleicht Gründe dafür gehabt haben. Fakt ist auf jeden Fall, ihr könnt jetzt nicht mehr vergessen, die Prozessversion und damit ja dann auch die Qualität der Bildentwicklung von einem Foto aufs nächste zu übertragen. Also wird dann immer die jeweilige Prozessversion mit angezogen und in dem Fall dann mit Sicherheit die neueste, nehme ich mal an. Was haben wir noch dazu bekommen? Es gibt eine ganze Reihe von neuen Vorgaben. Adobe nennt die Premium-Vorgaben. Auch das gucken wir uns gerade an. Und zwar dieser ganze Block hier, der ist vollständig neu. Den hat es bisher nicht gegeben und es gibt ihn jetzt. Und da gibt es eine ganze Reihe durchaus schöner Sachen. Kann man sich, müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ich habe jetzt hier mal eine Szene in Schwarz-Weiß, die ich in Paris fotografiert habe, im Marais-Viertel in dem Fall. Und da gibt es dann bei Thema Reisen, für die Reisefotografie, gibt es eine ganze Reihe von Anpassungen. Ihr seht das, wenn ich da durchgehe. Dann gibt es welche im Vintage-Style und so weiter und so fort. Die könnt ihr natürlich auch nach eigenem Gusto noch modifizieren, wenn ihr das wollt. Sofern ihr mit Vorgaben, mit Presets arbeitet, sind das vielleicht für euch ganz gute Vorlagen, um von denen ausgehend oder vielleicht sogar mit diesen Vorlagen euren Fotos einen gewissen Style, einen gewissen Look mitzugeben. So und jetzt kommen wir zu den wichtigsten überhaupt. Auf das haben sicherlich schon sehr viele gewartet, nachdem es ja schon in Adobe Camera Raw vor knapp drei Monaten verfügbar gemacht wurde, ist Super Resolution. Also die Super Auflösung, mit der wir die Bildgröße verdoppeln können. Und das in einer teilweise extrem beachtlichen Qualität. Ganz wichtig, damit das wirklich zu einer guten Qualität führt, ist die Qualität des Ausgangsmaterials wesentlich, wesentlich. Das Entscheidende. Wenn ihr verwackelte, unscharfe Aufnahmen habt, dann könnt ihr natürlich mit Super Resolution keine gestochen, scharfen, hochgerechneten Bilder haben. Und ich habe festgestellt, je größer die Auflösung der Kamera ist, umso besser wird ja auch die Qualität. Also wenn ich das beispielsweise vergleiche, mit meinen Micro Four Thirds Kameras mit 20 Megapixeln und vergleiche mit meinen hochauflösenden Nikon Kameras, ganz egal, ob das noch meine alte D800 war mit 36 Megapixeln oder aktuell meine Z7 II, jetzt mit 45,7 Megapixeln. Das ist ein großer Unterschied. Also da kann Super Resolution offensichtlich aus der noch höheren Auflösung, aus der möglicherweise besseren Bildqualität, wirklich mehr rausholen. Je besser das Ausgangsmaterial ist, umso besser ist das Ergebnis. Und das kann man teilweise auch nicht unterscheiden, ob das hochgerechnet wurde oder ob das tatsächlich in der hohen Auflösung fotografiert wurde. Und das soll es an der Stelle auch gewesen sein, denn ich habe Super Resolution vor knapp drei Monaten schon in aller Ausführlichkeit erklärt. Das Einzige, was wir uns jetzt noch angucken können, ist, wo findet ihr denn Super Resolution? Und zwar findet ihr das bei Foto und da bei Verbessern. Den Dialog gab es ja vorher schon. Und jetzt hat man den Dialog, dass man RAW-Dateien verbessern konnte, hat man jetzt noch um den Faktor Super Auflösung ergänzt und damit könnt ihr dann die Fotos hochrechnen. Dann werden das DNG-Dateien, also Adobe RAW-Dateien und ihr könnt die auch nur einmal hochrechnen, die Fotos. Also ihr könnt jetzt nicht diese DNG-Dateien nehmen und die neuerlich hochrechnen. Was ihr machen könnt, ihr könnt die beispielsweise in eine TIFF konvertieren und diese TIFF dann neuerlich hochrechnen. Wenngleich da ist natürlich dann die Frage, ob das sinnvoll ist, denn so sehr viel besser wird dann die Qualität. Irgendwann nicht mehr, die nimmt eher ab. Aber wenn ihr wissen wollt, wie leistungsfähig Super Resolution sein könnt, ich verlinke euch mein Video, das sehr ausführlich dazu dem Thema ist und auch mit drei zahlreichen Beispielen, verlinke ich euch hier oben in der Invo-Card und dann guckt ihr euch einfach das Video an und dann wisst ihr alles, was ihr zu Lightroom Classic 10.3 Super Resolution wissen müsst. und dann guckt ihr euch hier oben in der Invo-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card. und dann guckt ihr euch hier oben in der Invo-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card-Card.